Hi! Jeder von uns hat schon mal in seinem Leben unglaublich viel Glück gehabt. Einige Menschen bringen das Glück aber auf ein ganz neues Level. Es gelingt ihnen, nur ein paar Millimeter vom Betonrand eines Swimmingpools vorbeizufliegen, einen Trickshot mit einer Coca-Cola-Flasche zu werfen und einen Baseball mit einem Bierglas zu fangen. Guck dir das Video bis zum Ende an. Vielleicht wirst du auch etwas Glück abbekommen. Ein Salto ist natürlich etwas Wunderschönes, doch die Art und Weise, wie dieser Kerl aus solch einer Situation herauskommt, ist noch besser. Wäre er abgestürzt, hätten ihm seine akrobatischen Künste kaum geholfen. Erinnerst du dich noch an die Challenge, bei der man versucht, eine Wasserflasche so zu werfen, damit sie aufrecht stehen bleibt? Dieser Kerl scheint einen noch komplizierteren Trend entwickelt zu haben. Und das ganz zufällig. Dieses Mädchen hatte mal eine sehr stressige Autofahrt. Sie hat nämlich noch auf dem Weg bemerkt, dass sie ihr Handy verloren hat und wusste überhaupt nicht, wo sie es gelassen haben könnte. Bis sie zehn Meilen später das hier gesehen hat. Wenn es das legendäre Nokia-Handy gewesen wäre, hätte es keinen einzigen Kratzer. Ein Bier eines Baseball-Fans während des Spiels zu verschütten ist keine gute Idee. Aber wenn ein Getränk durch einen Ball eines Lieblingsspielers verschüttet wird, dann ist das was ganz anderes. Obwohl dieser Typ wahrscheinlich ein Dutzend Kisten mit Bier kaufen würde, wenn er diese Trophäen an Hobbysammler verkaufen könnte. Schon zu Beginn dieses Videos scheint es, als wäre dieses Mädchen zu einer heftigen Kopfverletzung verurteilt. Fühlst du schon die Spannung? An diesem Tag war das Glück aber eindeutig auf ihrer Seite. Das Lustigste ist, dass sie während des Saltos wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden hat, dass sie kurz davor war, sich eine schwere Kopfverletzung zuzuziehen. Nachdem sie das Video aber angeschaut hat, hat sie wahrscheinlich einen zweiten Geburtstag im Kalender eingetragen. Sieht so aus, als würde jetzt etwas passieren. Was haben diese Jungs nur keine Angst davor, so verrückte Stunts in unmittelbarer Nähe zueinander zu machen? Nun, sie scheinen zu wissen, was sie tun. In Brasilien gibt es eine ungewöhnliche Kampfsportart namens Capoeira. Sieht genauso aus wie auf dem Video und gilt als eine berührungslose Kampfkunst. Interessant, wie viele Gehirnerschütterungen solche Sportler erleiden müssen, bevor sie dem Bein ihres Gegners ausweichen können. Inzwischen kann man auf TikTok mit einem gewöhnlichen Basketball-Trickshot niemanden mehr überraschen, eine Colaflasche zu schütteln und das ist schon mal eine ganz andere Sache. Wir persönlich würden uns solch ein Spiel mit Colaflaschen gerne ansehen. Wenn du denkst, dass Papierflieger nur Kindern Spaß machen können, dann hast du einfach noch nicht dieses Video gesehen. Wie es sich herausstellte, kann man daraus auch ein unbemanntes Flugzeug machen, das dann auch noch selbstständig in einer Entsorgungsstation landet. Dieser Typ hat eine so schnelle Reaktion, dass man beim ersten Mal gar nicht versteht, was dort passiert. Lass es uns nochmal ansehen. Sein Kumpel wirft etwas hinter die Kasse. Der Typ reagiert sofort und verhindert, dass das Ding zu Boden fällt. Muss bestimmt ein Profifußballer sein. Warum sollte er sonst solche Tricks beherrschen? Das, was hier passiert, ist entweder ein Zufall oder das Mädchen ist einfach ein Genie. Zuerst macht sie eine Liegestütze, während sie den Ball im Nacken hat. Allein das ist schon verdammt schwer, oder? Das ist aber längst noch nicht alles. Das, was als nächstes folgt, musst du einfach sehen. Wir würden alles dafür geben, um solche Würfe auch im Profibasketball zur Tradition zu machen. Warum hat dieser Typ beschlossen, in dieser seltsamen Pose zu tauchen? Guck es dir einfach bis zum Ende an. Vor dir befindet sich nämlich der Aquaman. Schließlich kann nur ein Superheld es schaffen, nicht den Fisch zu verscheuchen, sondern ihn dazu auch noch mit einer Mistgabel zu fangen. Der Moment, in dem dein bester Freund dich pranken wollte, du jedoch vom besten Schutzengel des Universums beschützt wirst, für den selbst Gesetze der Physik überhaupt keine Rolle spielen. Gut gemacht, er hat es verdient. Ein Lifehack für Fahrradfahrer. Wenn du beim Überqueren der Straße Angst hast, kannst du es einfach auf solch eine Art und Weise machen, mit einem spektakulären Sprung. Wir meinen es natürlich nicht ernst. Die Jungs in dem Video hatten einfach nur unglaublich viel Glück. Jetzt wirst du bestimmt nicht erraten, was gleich passieren wird. Nicht nur, dass ein so seltener Moment mit einer Dashcam aufgenommen wurde. Der unaufmerksame Fahrer, der aus irgendeinem Grund nicht die Handbremse verwendet, erwies sich dazu auch noch als gar nicht so unaufmerksam. Das Ganze erinnert an die Pickup-Szene mit Edward Cullen. Was haben wir hier? Einen Pool, Betonboden und einen verrückten Kerl, der eindeutig etwas vorhat. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Nein, auch er hat es geschafft, wieder heile aus dem Pool herauszukommen. Bekommen sie etwa alle lebenslange Glückszertifikate? Ja, das scheint wirklich der Fall zu sein. Dieser Kerl hier scheint mit seinem Kinn sogar etwas den Bordstein berührt zu haben. In solchen Momenten zieht wohl das ganze Leben an einem vorbei. Sieht eher nach einer Art ballistischen Rakete als einer Limo-Flasche aus. Darüber hinaus ist es wohl die spektakulärste Bottle-Flip-Challenge in der Geschichte des Internets. Ehrlich gesagt ist es sogar zu schön, um wahr zu sein. Diese Flasche wurde eindeutig dafür bezahlt, schrieb jemand in den Kommentaren. Und hatte definitiv recht. Ein Tipp für die Zukunft. Wenn du siehst, dass in einem Verkaufsautomaten etwas stecken geblieben ist, denk nicht zu lange darüber nach und nimm einfach das Produkt eine Reihe höher. Funktioniert einwandfrei. Das ist doch mal ein wirklich guter Fang. Dieser Mann hat einen Hecht gefangen und bevor er ihn herausgeholt hat, klammerte sich daran noch ein viel größerer Hecht fest. Gut, dass die Angelschnur solch eine Trophäe ausgehalten hat und der Fischer dazu auch noch einen Kescher dabei hatte. Eier mit zwei Dottern haben wir bereits gesehen. Aber eine Zwillingsbanane, das ist etwas ganz Neues, ist wahrscheinlich eine limitierte Auflage für gesunde Snackliebhaber. Bist du auch zu faul, um aufzustehen und dein Smartphone an das Ladegerät anzuschließen? Dieses Mädchen hat einen originellen Lifehack für dich. Dafür werden allerdings so viele Versuche gebraucht, dass es schneller ginge, wenn man doch noch aufstehen würde. Ehrlich gesagt warten wir bereits basierend auf diesem Video auf einen Superhelden-Blockbuster. Über ein Monster, das in gewöhnlichen Gegenständen wie zum Beispiel einem Regenschirm wohnt und einen furchtlosen Fänger, der bereit ist, alles mit seinen eigenen Händen zu stoppen. Du hast sicher schon mal gesehen, wie japanische Karatemeister mit einer einzigen Handbewegung feste Gegenstände kaputt machen. Dieser Typ hat bestimmt auch einen schwarzen Gürtel. Schließlich ist es viel schwieriger, einen Stein aus einem Jenga-Turm herauszuschlagen, als einen Ziegelstein mit einer Handkante zu zerbrechen. Alle, die dieses Spiel schon mal gespielt haben, wissen das bestimmt aus eigener Erfahrung. Kennst du die Geschichte vom Apfel, einem Kopf und einem erfahrenen Schützen, der ihn beim ersten Mal trifft? Wir haben sogar noch etwas Besseres für dich. Wir hoffen, dass die Versuchsperson diesen Geldschein als Entschädigung für den Stress erhalten hat. Was denkst du, wie viele Versuche dieses Mädchen brauchen wird, um ein Video davon zu drehen, wie sie mithilfe einer Spielkarte einen winzigen Wassertropfen in zwei Teile schneidet? Moment mal, ist es vielleicht Sailor Jupiter aus der Kult-Serie? Wenn du keinen coolen Trick auf einem Skateboard hinbekommst, dann brauchst du nicht sofort zu verzweifeln. Schließlich kann man sich auch einen eigenen Trick einfallen lassen. Genau wie dieser Kerl hier, der es in nur einer Sekunde geschafft hat, vom Verlierer zum zweiten Tony Hawk zu werden. Interessant, was dieser Trick für eine Bezeichnung hätte. Vielleicht so etwas wie Buttflip? Untertitelung des ZDF für funk, 2017